was war denn das jetzt bitteschön bin ich mal gesprungen habe den kopf angeschlagen das war schon scheiße das war genauso scheiße noch leckt mich am arsch ne besser nicht ok wohin geht es hier hin ähm darüber ach du scheiße wie weit ist denn das bitteschön so ouch das ist auch geil ich bin gelandet und nachdem ich gelandet habe ich einen Schaden gekriegt oh nein oh nein oh doch oh doch ok da sagt er so nein oh nein weißt du oh ich bleib da immer an der Ecke hängen ey was so ne scheiße nein das kann wieder zu knapp und ich abgesprungen scheiße ich war schon auf dem Weg zum slimeblock so jetzt habe ich keinen Applaus mehr jetzt wirst du eigentlich meine lizenz wird besser werden ich bin gar nicht gesprungen du kannst froh sein du hast wenigstens das erlebnis gehabt dass du gesprungen bist jetzt weiß ich aber wenigstens wo man anfängt wo man springt auf dem slimeblock ja ich hätte auch getroffen aber ja naja boah jetzt darf ich den nicht mehr erst sprung hoch und dann nicht mehr ja ich glaube es noch nicht oh jetzt habe ich zu dem Schiff gelockt das ganze ist hier falsch das ganze ist hier falsch das ganze ist hier falsch so Gott wieso hast du nicht gesprungen? nicht genannt? ich glaube es nicht ich glaube es ist einer der schwersten hier ich finde das andere geht hier eigentlich obwohl der ist auch nicht ohne hier aber bleib doch hin stück blödes lol jetzt habe ich zu fest rüber gedrückt aha du Braut hat es auch gesehen was dass da Leute auf der Seite sind boah ich bin drüber gerutscht jetzt bin ich drauf und geschafft die Schöße hm ich probiere es noch einmal kurz Watt einmal geht es ohne Probleme und dann haben wir solche Probleme so das scheiß so und jetzt ok dann soll man es schaffen kannst du? weiß nicht oh ja doch was ne oder näher kommt das da bin ich 10.000 Meilen da bin ich hier um die Ecke springen muss in die Leiter ja ich ich fahre der normale Spuren da verkack ich wollte gerade sagen wie geht denn das um den Schleimblock ne nein ach komm ich werde da zu dir kommen was äh und also hast du Slime Blöcke du bist schon nicht mehr hier äh wieso bin ich jetzt gerade im Slime Blöcke gefahren hab Schaden gekriegt nichts passiert hallo bin ich noch da bin ich noch da ist er gemutet oh ich habe Teres verloren wirklich Moment ich muss kurz schauen was da los ist ok du bist auch rausgeflogen oh ja ok dann war wo Teres gerade ist kurz du hast gesagt ich rede mit dir und sie bist noch im Spiel drin ja du bist ja hier schon durch in der Slime Blöcke Welt äh ja 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 ne komm da so was zu klein ja ja das ist schon eine Weltweite unglaublich ja und die Welt die für blüteste nächste Rüchte zum Gott empfinden ja ich war wirst du halt wohin ach so die ja die ist einfach immer die Minecraft ja ich hab schon aber die nach die die ist richtig assig die 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 minecarts war jetzt nicht schwer sind sie unsichtbar blöcke äh aber jetzt mal die sie latern wieder ne sind es die sie laterns wieder da unten hinten drin echt ok ich hab die ich hab die so gesehen ja ich schon aber du musst ja nachher springen ne ich hab die sie länder uns gar nicht gesehen am Boden diesmal ach du scheiße, dann muss ich jetzt ach ja tatsächlich hätte ich ja mal ok, so war es eigentlich ziemlich einfach ja leck mich am Arsch ja toll ja super, ich guck nicht raus aber das stimmt, mit den Zielen das ist dann wirklich einfach gewesen ich habe zuerst auf die Blätter geschaut und habe gecheckt dass da irgendwas auf markiert wird vor meiner Hand das war auch ätzend mit dem anderen Schippen passt das Problem ist, wenn du an der Mauer rankommst, kommst du nicht mehr weit springen das ist korrekt du hast es auch geschafft, ey unglaublich ja ja weißt du was da habe ich keinen Nerv dazu da gebe ich jetzt echt, bin ich geschlagen Leiter zu Leiter springen und dann noch über diese dünnen Dinger da oh ne 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 da habe ich jetzt da habe ich das Glück wenn ich dann nur durchkomme gleich in einen Rutsch äh hm habe ich das übersehen ah ja Knopf ah ja das wäre es das wäre ja genau ich sehe nichts mehr boah aber einfach eine richtige du hast mich im Laufen eingeholt habe ich nicht mehr gesehen guck mal was er da wartet ja du hast ja auch gewartet vorhin ja ich habe es aber nicht geschafft boah das meint Marlin B geschafft schlapp vor mir die Tür zu ey ja ja ich glaube es nicht ey ja was hä wie geht das wir uns entscheiden ok äh warum sollte man das warum sollte man das und du man kommt aus Bücherregal aus Pinters wohin bist du jetzt da achso aha ich sehe schon ja da soll man schlafen da soll man schlafen da muss man wohl oder schlafen boah boah leck mich am arsch ist der schlafen boah mein gott ey der ist nicht ohne der Sprung aber der ist schaffbar ja ich denke muss ziemlich knapp an der kante aufspringen mal diese dieser raucheffekt hat ja keinen beeinflusst auf uns oder ne war geschafft mein gott na komm aber du bist das selbe wie du auch spielst nicht nur alleine sein weiss ich so voll langsam auf Vorsicht aber dann auch da 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 ja irgendwie nicht mit Kleinigkeiten auffallen haha ja super das habe ich dem so fehlt jetzt unglaublich und wieso auch wie ich zurück gehe obwohl er auch direkt drauf springen könnte auf dem zweiten Block kannst du ja dasselbe drauf springen direkt ja weiss ich aber aber da schaue ich ihm ab wegen direkt weiterspringen da feil ich nach daneben natürlich logisch scheiss Schleim immer ne danke immer dieser scheiss Schleim Digger kacke weiss aber warum ich das mache mit dem Halstab ja weil du durchrennen willst genau aber wenn zweitens doofen durchrennen dann fliegst du mir runter ja oder fliegst übeln Schleimblockchen weg haha jetzt jetzt oh scheiße ne nicht schon wieder nein zu weit zu weit doch doch man bricht dir doch die Füße sonst irgendwas bei dem Schleim mach dir ja dann hört es ja dann soll er sich dann irgendwie das Bein richtig bärchen oder so ah man geht doch meine Füße oh ich hab Kühe Kühe Mann kann man die abkürzen ich glaub nicht ne ich glaub nicht jetzt ging es vorhin natürlich nicht oh verdammt das ist ein überwahren so aha hier gehts weiter oh ne oder aha eh warte 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 das ist ein Fake sie haben hier eine Stufe vergessen ah hier drüben ist die Stufe meinst du ja es wäre eine Leiter aber es fehlt eine Stufe da kommt sie hoch dadurch ah bei den Außen das macht man so so wir schaffen das wirklich jeder das ist doch nicht so ha 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 hat es nicht gedacht ne da hätte ich jetzt echt nicht erwartet ähm warte wo gehts denn hier weiter nachher hier doch meine ah da drüben das Fenster offen ok ok hö hö also ich hab gerade überlegt dass das was oh ne oh knapp gehabt ey das war so ekelhafter Sprung das war so ekelhafter Sprung das war das letzte boah ich dachte mir mein Glück fahre ich runter ok ich sehe Latenz wieder ich sehe dich in der Luft so stehen bleiben ob ihm die ist jetzt voller Verbindung ganz komisch ob ihm die ist jetzt voller Verbindung ganz komisch ob ihm die ist jetzt voller Verbindung ganz komisch vielleicht auch das selber selber warte mal warte mal ok und dann und dann und dann kam Polly ne warte mal warte mal ich komm jetzt wieder hoch achso ok bist du runter gefallen nein ich bin noch hier achso dachte du hast so lange gehabt da bin ich gewohnt dass du so schnell hinter mir her kommst ja ich bin zweimal runter gefallen boah was wieder hier durchrascht ey unglaublich ja jetzt habe ich gedacht komm rasch du direkt rüber zur Leiter vergiss es ne also wenn rasch springt bei mir gar nichts da fall ich immer vorbei ne du bist das Leiter der sheilbe ne jetzt sieh der schaff ich nicht im Zubotek drüber da hab ich das Timing nicht die leiter ist kaputt bleibt nicht mehr dran hängen vielen dank fürs zusehen die heutige folge ist leider zu ende aber es geht weiter mit einem abo verpasst hier keine weitere folge bis zum nächsten mal